In der folgenden Szene lasse ich Sie ein wenig hinter die Kulissen des Radiojournalismus blicken. Ein Redakteur, ich war es ja lange Zeit, versucht wenige Tage vor Weihnachten ein Telefongespräch aufzunehmen, scheitert aber an der naiven Aufrichtigkeit seines Gesprächspartners. Verfolgen Sie also dieses Interview. Darf ich Sie kurz stören? Ich hätte eine kleine Bitte. Wir vom Radio müssen ein bisschen was für Weihnachten vorbereiten und deswegen brauchen wir für den 25. Dezember ein paar Hörer, die erzählen, wie es am Heiligen Obentur war, was geschenkt gekriegt haben und was zum Essen gegeben hat. Von mir aus geht es, die Aufnahme läuft. Was meinen Sie jetzt genau, was ich sagen soll? Na, wie der Heilige oben bei Ihnen daheim so abgeräumt ist. Der von vorigen Jahren oder was? Nein, der heurige. Der war ja noch gar nicht. Eh nicht, aber wir spielen die Geschichte erst am 25. Dezember. Ach so, na dann rufen Sie mich halt am 25. wieder an, aber erst ab 10, weil da schlafen wir ein bisschen länger. Sie haben mich noch nicht ganz verstanden. Aufnehmen tun wir es jetzt. Alles klar, aber ich weiß ja noch gar nicht, was mir das Christkindl bringen wird. Wurscht, sagen Sie halt, was Sie Ihnen wünschen. Geht schon. Renzbandl, also, ich wünsche mir heuer zu Weihnachten einen neuen Rasierapparat. Den haben Sie ja schon. Ja, aber nur einen alten Hähnchen, jetzt möchte ich halt einen neuen. Nein, ich meine so, wenn das Interview im Radio gespielt wird, hat Ihnen das Christkind den Rasierer ja schon gebracht. Vielleicht kriege ich ihn auch gar nicht. Das ist in dem Fall völlig egal. Mir aber nicht, weil ich den Rasierer nämlich brauche. Dem Hörer ist das ganz wurscht, ob Sie den Rasierer dann wirklich haben. Warum nehmen wir dann jetzt was auf? Weil, passen Sie auf, ich werde Ihnen das nochmal erklären. Stellen Sie sich nach vor, heute war der 25. Dezember. Sie hätten gestern zur Bescherung den Rasierapparat gekriegt und freuen Sie jetzt auf einen gefühlten Truthahn zum Mito-Gessen. Karpfen. Truthahn mag ich kein. Von mir aus Karpfen. Dann muss ich jetzt leider auflegen, weil den Karpfen mache ich immer selber und was glauben Sie, was der für Arbeit ist. Auf Wiederschauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017